Meine Lieben, wir sind wieder bei meiner Tante. Hier war ich schon seit zwei Jahren nicht mehr. Aber diesmal, ich bin schon vorgegangen, damit ich meine Füße neu stecken kann. Dieses eiskaltes Wasser, ich war schon da. Da will ich nicht viel über euch Leute nachgucken. Und das hier, das war hier nicht letztes Mal. Aber das ist gewachsen, weil niemand hergekommen ist. Wir haben dann immer unsere Füße hier reingemacht. Und das ist äis kalt, das ist wasser. Äiskalt. Göttisch gazzbar. Das ist was. Wir haben nicht lange gefunden. Wir haben nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Hatsblockend. Ihr habt eine Zahnwehr und achtst tidbits. Dass ihr seid ein Wartent thing, die Störamation und günstantry дела schlecht sorgt. Hier zwei Depressionen. Allee, wir sind gleich ein Bubblatt. Hier in dem Tag drin ist mirsteig. Wir wissen nicht mehr, wie es macht Gew Mans mussifiques. Ich wag mir das oder was Miles. Ich erwarte ihr Richerhaft. Ja, ich warte. Judy Menn. Ich warte. Die ist gerade gegangen und hat ihr den Teller gebracht. Das dauert voll lange. Auf jeden Fall hat sich hier vieles geändert. Ich war hier schon länger nicht und jetzt bin ich überall hingekommen, wo ich immer war. Ich hab immer verrückte Sachen gemacht, Leute. Auf jeden Fall gibt es hier noch einen Supermarkt. Das dauert so 30 Minuten oder 20 Minuten zu Fuß. Und so dauert es auch 20 Minuten. Der, der so ist, der ist weiter, aber der ist näher. Auf jeden Fall. Vielleicht gehen wir noch wieder Mangos essen. Ich bin hier schon vor ein paar Tagen hier gewesen, da haben wir die Mangos gegessen. Und jetzt gehen wir wieder rein. Und ein bisschen Frühstück, die ist erst aufgewacht. Ja. Die Frau ist gerade gekommen und hat gesagt, wir dürfen Mangos essen gehen. Ja, und ich habe hier vorhin die Thun gemacht. Das Knoblauch zerstampft, nachdem ich sie geschält habe. Wir haben sie zusammengeschält, dann haben wir das zusammen zerstampft. Und ich habe ihr dann gefragt, was sie damit macht. Und jetzt muss ich es machen. Und jetzt hat sie es beigebracht. Nachdem das Goldbraun angebraten wird, das Knoblauch, muss ich dann die Salsa-Soße, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Tomaten-Soße, hier reingeben. Und dann schmeckt es richtig gut. Ja, ich muss aufpassen. Ich will meinen Job nicht falsch machen. Und die haben das hier im Balkon, weil die Herren sind neun, aber die benutzen den fürs Großkochen und dann den anderen drinnen für z.B. Panieren oder so. Oder in Öl Sachen machen. Ja. Es ist hier schönes Wetter. Es ist nicht richtig heiß oder nicht kalt. Ja. Und da ist eine in der Bisi. Nach einer halben Ewigkeit wieder, wir haben jetzt die Dings dazu gekippt. Und Esmin dachte sich jetzt, egal, wir gehen jetzt rein. Und die können alleine da rumköcheln. Ciao. So, die haben... Die haben Bami gemacht. Das sind... Ich weiß nicht, was das sind. Auf jeden Fall tun sie das jetzt in Rot. Die schmecken so lecker. So, jetzt werden die kleinen Hasen gefüttert. Wir sind schon richtig groß geworden und richtig süß. So, meine Lieben, wir bringen jetzt Hasen zu einer Nachbarin, also einer Freundin von meiner Tante. Und ich habe ja das Geschlecht bei ihnen überprüft. Weil die können das ja alle nicht. Ich habe es von meiner Mutter gelernt. Ja. Und der wollte die mit dem Fahrrad fahren. Das heißt ja, wenn die zwei Hasen hat, die sich hassen, dann macht sie die in einen Platon jetzt Fahrrad fahren. Aber wie der hier fährt, wollt ihr nicht sehen. Seht ihr ihn hier? Jetzt ist er abgestiegen. Auf jeden Fall wollt ich es lieber... Ich wollte es lieber vorbeibringen. Und dann geht es noch mal ein bisschen. Hä? Hä? So, sie wohnt hier. Wir haben die Hasen abgegeben. Das ist eine sehr nette Frau. Oh, die Ehemann ist leider letztes Jahr verstorben. Und hier sind zwei gute Wachhunde. Yala, Coco! Ja, wir sind so 20 Minuten locker gelaufen. Und hier gibt es ganz viele Mango-Bäume. Ja. Und jetzt gehen wir wieder zurück und dann wieder holen uns Mangos. Und dann machen wir entweder wir holen uns Unreife und schneiden sie und machen Zucker. Oder essen dort. So. Hier sind wir die ganze Strecke bis dahinten gelaufen. Es ist super schön windig. Ich glaube, ich hoffe, ihr hört noch meine Stimme. Und hier läuft ein Hund. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Nil. Also, genau wie hier, aber an anderer Seite. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon. Bye! Bye! Die Kinder haben jetzt Unterricht. Ja, und die waren heute den ganzen Tag bei uns. Die sind echt süß. Daphisi hat sich mit ihm gestritten oder nicht. Der hat sie voll gekratzt. Aber Daphisi hat ihm natürlich richtig was gezeigt, wo der Haken ist. Nee, der hat den Mango geklaut. Leute, dass es nicht klauen, die lag auf dem Boden. Und sowieso sagen uns immer die Frauen, wir sollen da hingehen. Weil die Mangos waren immer auf dem Boden. Die können wir ein Mangos nehmen. Weil die ist keiner. Wie jedenfalls hier ist es so weit Wetter. Und jetzt bei uns sind sie. Denke ich mal. Ja. Mama ist schon vorhin gekommen. Und hat Jonas und Yasmin genommen. Die putzen bei der Oma. Wegen dem, weil die selber morgen nach Hause kommt. Ja, und sonst ist alles langweilig. Wir haben versucht zu schlafen. Ging aber nett. Und ja, jetzt haben wir die Hasen gebracht. Und jetzt gehen wir zum Nilen essen. Mangos. So? Guli, ja. Ja. So, wir sind da hier das Ganze gelaufen. Und jetzt sind wir da noch hinten bei diesen Bäumen. Und dann gehen wir rein. Das ist meine Tante. Aber wir gehen hier. Da ist auch der Nil. Und dann gehen wir und holen uns jeweils eine Mango. Ich habe das erfunden mit Zucker. Die Leute hier, die essen das mit Salz. Ich habe das noch nie probiert. Aber ich stelle es mir super eklig vor. Ja. Die gucken mich an, als ob ich eine, was weiß ich was bin. Eine Außerirdische. Da, Lea. Jetzt hat sie Bauchschmerzen. Und sie sagt, vielleicht tun sie nicht verzeihen. Guck mal, wie wunderschön das ist. Es ist auch super schön kühl hier. Und windig. Ups. Ach du meine Güte. Haben sie mich erschreckt? Oh, bist du eine Süße. Zeig mal, bist du ein junger oder Mädel? Die ist eine Süße. Hallo. Hallo Maus. Ihr seid fein langsam. Ich habe schon Respekt vor ihnen. Du bist wunderschön. Coco. Die kommt und schreit. Ich bin so. Ja. Man muss scheinen sie nicht zu wollen. Nein, das ist bestimmt gut. Die hat hier ganz viele über dem Kopf gehören. Ja, bist du eine Süße. So eine Süße ist süß. Hey. Hey. Guck mal, vom Wind fallen ein ganzes Mangos runter. Boah, wie schön die sind. Die tun sich in die Taschen vollpacken, als ob es morgen keine Mangos mehr gibt. Und, ja. Die hier sieht gut aus. Ich möchte nicht so viele mitnehmen. Also eine, die ich mitnehme. Und dann die mit Zucker machen. Aber ich weiß nicht, welche. Okay, dann nehme ich die hier. Ich tausche die zehnmal. Okay. Ja, die sind richtig, also manche sind so richtig weich in den Tränen und die schmecken ein. Nimmst du gerne ein bisschen, nimmst du davon. Ich zeige euch so eine Mangos, die es kommt und man merkt hier, die ist richtig weich. Das sieht man hier, die ist schon richtig gut, aber immer noch ein bisschen bitter. Probieren wir mal. Die ist ein bisschen sauer, aber schmeckt richtig gut. Guckig in den Zähnen. Ja, es gibt hier auch andere Mangos. Da ist ja, was ich hier ist, hat die Mandel angeht. Das ist schon toll, ist er. Hier ist die Mandel angeht. Hier ist die Mandel angeht, bitte sehen. Oh, hier ist es. Okay, dann ist das da. Wo sind die Mandel angeht? Okay, lasst du hier an. Okay, lass dich hier malen. Hier gibt es auch noch Mangos. Ich möchte die Dingssaison, wie in die Haare. Auf jeden Fall möchte ich auch Raji. Der Mann, der steht da. Raji, ja, Kuku. Die verstecken die Haare. Die haben hier rausgeguckt. Ich weiß nicht, manchmal sagen die nimmt und manchmal sagen sie nein. Weil es auch ungesund. Ich weiß nicht, lange dauert, Lange, Lange. Mann, Mann! So, wir sind da, das Mamango unterfallen lassen, ja, da wo wir waren, das ist da hinten, und das mit dem Wasser, wo wir uns Viehs neigesteckt haben, ja, jetzt geht's wieder nach Hause zu meiner Tante, damit wir sagen, dass wir die Hasen vielleicht wieder hingebracht haben, und dann essen wir. Weiße Zähne, nach dem zweiten Mal benutzen, Karies ist weg, da war ein Punkt, Leute, das Zeug ist gut, erst mit dem, ich putze zweimal, erst mit dem Tabakentferner und dann mit Signal, ne, das sind ungefähr so fünf Minuten Putzerei, wir werden beobachten, habe ich schon gesagt, Assalamu alaikum, ja, dass der Mahmoud sagt, es wird nichts helfen, wenn er jetzt meine Zähne sieht, Mahmoud, my teeth are more white now, unbelievable, hi! Hi! Wo ist die Miezi, da oben? Hi Miezi! Wo ist Sim Sim, äh Sim Sim? Das Socker, du kommst bald ins Haus in einer Woche. Ja, weil ich habe Angst, die hast du schon Bosen. Bist du schwanger? Bitte nicht. Miezi, du bist die Einzige, die hier schwanger werden kann. Ne, halt dich fern von dem Kerle, sag das. I hope not one bird run away. Not yet, I answer, I know the answer. Not yet. Do it, do it, do it. I make the trick often like this, and it's working. Chalasi. Wah! This is a trap! What you make for me, guck, da will ich mich wieder umbringen. I want to kill me again. Every day you start this. Broke leg here. Schweier, Sim, Schweier, Toxic. Ja, mir müsste ich ja putzen. Ajoa. You make like Fauzi now, mashallah. I help you with the Magnesa. Komm, I close the window. Ja, ich muss weg von dem Staub mit meinem Asthma. Ey, das ging aber schnell. Und ihr versteckt euch hier. Das ist noch gut. Du das andere. You can also move the wheelchair. I move this one, what was here. This one. It's full of bullshit. After I can shoot. Und hier. Hallöchen, guck mal. Zwei, vier, fünf. Zwei, vier, fünf, sechs. Müssen nicht sieben sein? I don't know. Ah, sieben. Da hinten den Teddy haben wir nicht gesehen. Zwei, vier, sechs, sieben. Genau. Und hier haben wir doch sechs rein. Mahmoud, one dine from here, from this Gassab. Or run away for this. Wir müssen gucken. Gaffas, I say Gassab. What is Gassab? Gassab, you say Gassab. They make an egg here. Or you put it. I found it on the floor. Hey, the bim bam. Hold your brüte. Yes, when the Arnab not here, maybe they make eggs. I don't know. I want to give you this down. I want to give you this down up. This is, here is, what? And we let them here, then, in the end. We don't need this big space. Okay. Then maybe the birds make here the eggs. Okay. Look, Mahmoud, my teeth. Malish. You see a difference? How come? Look, I was having here black point. It's removing. I imagine the black point is removing. Oh, and look inside here. Also better. The white will come later. You don't see. After two times brushing, Mahmoud, it's a big, big thing. Or you're blind. They're blind, they see it nicks. Hattekiselwaraki. Nimm den, den Sack hinter dir und halt die Klappe, heißt es. Ah. I go outside. Ja, meine Mäuse. What is after food from the birds in the car? Wir haben euch ein neues Futter gehaft. Auch Sonneblume für euch. Can you clean this little, can I do this, may she malish? Jetzetle. Deutsche Arbeit. Schön gekriegt. Magnes. Hier ist Persimecke. Da ist Essen. Ja. Maschallah. Maschallah. So, das war's jetzt. Jetzt können die. I think you make this full of... Next time. Okay. Und das tue ich jetzt auch weg. Hier daneben. Oder hier drauf, ist auch egal. Komm so. Fertig. Dann haben wir hier mehr Platz. This area we can also clean, Schweier. It's not finished. This I put here. Inchef, is nass? Okay. Okay, then take the sack. And done. Later you feed them, I hope. Okay. Super Mahmoud. Superhero. Und ihr, habt ihr Wasser? Ja. Super, alles gut. Alles gut. Also, ich hab mir noch mal Nachtcreme rein. Und an die Faltenserum. Mahmoud, I want to see here. Should be an Arnab. You should help me to watch in this area. How you clean it. Because it's not normal. I think we put six. How come? Where is this idiot? He died here. We will see. I hope not. Give this to the chicken, this. I'll give it. You must do my... Royal cat, come on now. Jetzt geh ich mal rein. Something is not normal. We'll go inside and count Danny. What, what is... You're pressing my legs, yeah. In the broken one. I'm sorry. Now you can go to the doctor. Give me my shoe back. I should go inside and count it right. Don't want to... Irgendetwas ist entweder hier verendet, abgehauen. Oder... Irgendwas stimmt hier nicht. Kann man hier abhauen? Nee. Kann man nicht. Oh, Mahmoud. Das Water is ja horrible. Bismillah. Schirntoter Haas. Was ist das? Haben sie den beerdigt? Das kann doch gar nicht sein. Haben wir uns verrechnet. Zwei, vier, sechs, sieben. Seven. Ach so. Wir haben sechs, weil das drinnen Männle noch. Ach so, blöd ist immer. Nee, it's okay, Mahmoud. From these two babies. Don't make this. Make better the floor. The two babies is one man. This is why we have six. And two big. Die kriege es noch. Ja, 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 ja. Gut, Mahmoud. Where is the reddy? Oh, my back. Here. Bring here the reddy. Oh, I want to see if he has his kora down. Can you make video? Please. I have him. Hold the video. Oh, baby. Yes, both now. In the past, he was having only one ball outside. Now he is a real ducker. Real man. Real man. Gut. Can you check me also? We have tried. We don't need check. He's a man. You say this in the video. Come on. I'm so Maksud. I see them up so. Maksud. And then the grin. Ah, that's very hot. Ah, that's very hot. He's going to hang in. He's going to hang in. Yeah, he has to bring the cellar to control. The grandma gets his O.P. They need reddy bed, please. Ah, you're going to hang in. Ah, you're going to hang in. Close the door and put something in the front. They open. I know my idiot, Arnab. So, what is now, Felling? And here, you have today five Eier made. Oh. And still in the production. Gute Hühner. Super Hühner. Eier. Ja, Henriette. Oh, die Crystal macht auch Eier noch. Drei Jahre alt. Ne, Tina Turner. Crystal ist von uns gegangen. And here you want to clean also. To death. Huh? Mahmoud. Figuobi. Figuobi. I'm shocked. What is this for big egg? Gobi. He come inside and eat the cat food. Also, nee. I don't look long time inside. Okay, jetzt haben wir das gemacht. Alles in Ordnung. Jetzt gehen wir zum Pool. Ich muss mich mal rein tunken. Und dann gehe ich ins Bett. Look, mach mal das Kies. Ja. You take off the Kieses. Super, weil diese Bermel-Dingsbums, guck hier unten drunter da, der ganze Schrott. Hier. All the stutter was full of Bananen. I know. And for the monkeys. How come? Ewa. Ach, was. Now it's empty. Ach, Mahmoud, you count wrong. Sahara. Can you take under the dicker also? The rubbish will be nice. So, Marrakesh. Welcome back. Hamdila Salama. Ich sage das, wenn du nicht schwanger bist, gibt es auch nicht drauf. Wir brauchen nur ein Baby von dir. Fertig. Und die Monster-Hady hier, die soll zwei machen. Ja. Gut, weiter geht's. Juhu. Mahmoud, you give them food. They look like not. And give you in this red bottle in the floor for Gobi water. This red small taba. This is not for the chicken what you put every day. This is for my Gobi and Sahara water outside. You see they have enough Elba. Ah, was immer. Instruktionen. Oh, wow. Hi. Habibi, Halbi. Und wie geht's der Hase? Gut. Super. Alle da. Zwei, vier, sechs, sieben. Und da unten sind welche. Ah, they live together good. They like this. Bei der Nagla, nachdem ich sie besucht hab. After I left Nagla, one dying, one big one. I hope she don't think I have hazard. Ein weißes, graues ist gestorben, ein großes. Same, same. Ha, vipti. Mwah, 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 mwah. Ja. So, I go now in my pool. This is vet therapy. Wuh. I told you put it in a good place, but you put it in the edge of the hater. Und dann ist Logik. Diese Schieb. Die Wolle auch. Oh nein, jetzt hab ich hier noch. Und Tüte sind drin. Oh, mach Mut. The people say we must make here a closing for the thingsbooms here. This water. Horrible. We should close the... Tell me. The swimming pool. Wuh, cold. Das ist die Kneipp-Therapie. Ich kann gerade mit meiner Abaya durchlaufen. Hier. Das ist der Rubbish Corner. I hope somebody come and clean it. Und der Bachmut hat gesagt, er clean das. Der hängt das hier auf an der Wand und spritzt das ab. Ist auch eine gute Idee. Habt ihr überhaupt noch eine Sicht hier? Bei dem Schrott. Und jetzt geht's weiter. Guck mal. Wie viel? Oh nee. Ich will eigentlich nur hier sitzen. Und der Rücke kühle von den Jucken, von den Bienen stichen. Der ist juckt wie verrückt. Ich weiß gar nicht, ob das morgen weg ist. Dann krieg ich nochmal fünf. Dann juckt's zehnfach. I'm afraid, Bukra. From this hogna. And then Bukra I have, but Bukra has more hurting. Also wirklich. Aber du, was ich merk. Jemand hat geschrieben. Das soll auch gut gegen Bronchitis sein. Drei Wochen hätten so Bienenstiche ihr Leben gerettet. One woman said she was having high fever. She made this therapy with real beans. And they survived her life. They, she survived. She was high fever, Bronchitis. And three weeks ill. After this therapy, she became healthy. I hope. Ich hab schon ein bisschen so Schleim, was ich gerade momentan rausschleudere. So, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Das ist mir zu schwer. Mahmoud, can you do this outside? Cleaning, shaking. Oh, horrible. Mahmoud, you can't stand here one second. I know. I don't know why it's so cold. The sun is just here. When we close this, it will be more cold. The sun is just here. The sun is just here. Later, when, look, Mahmoud, my plan. Leave this. It's not a big problem. I just sit here ten minutes to chalas. My plan, my dream. We make your head high, like here. Look, chick. And we make it all cement and ceramic. Here, all cement, ceramic, like this. Cement, ceramic. This completely close. And the ceiling with stairs like this. I mean outside. And we come here and jump in the pool and we can swim. And it's high, like here. Shoya down. Down. Just, I don't know this water here. This wind coming, the water. Maybe we must close this. Because becoming red. Coming red out. This will be nice, Miss. What do you think? How much costing this? The deer. The deer. Also, this was she. Because, you know, the swimming is the best healthy for your body. In the sea. The swimming pool or sea, egal. This is not about parking. It's about the moving, Mahmoud. For your back. For everything. Would you think why the people go swimming the old every day? Think well. And if we live in Hirsi, we come anyway here and to swim. We have the river beside us. Mashrua. Yeah, you are. Mahmoud, I think I go there. There are also these animals inside. These bloods in the chair. You should take the broken blood in the body. Yeah, 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 yeah. Na gut, Mahmoud, that was the video. Mama does the poop therapy here for the back. Okay, the biennestiche kühlen ab. That is really nice. The jucke with the sau. And tomorrow again. Today it's for us food and Hofhühner-Eier. We have to use our eggs. We have to use our eggs. Yeah. Bis die Tage, Marcel Emma. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.